Also Nico, das ist schon so hier in Schottland, dass das mit dem Wetter schon eine echte Zumutung ist. Du kannst die Hand kaum vor Augen sehen. Sauwetter. Sauwetter. Also ich kann verstehen, dass die Leute dann sagen, Schottland, ich fahre lieber nach einer Malle zum Beispiel oder nach England oder so. Dann auch so die Aussichten hier. Aber du hast Handschuhe. Perfekt. Kann ich so schief gehen. Untertitelung des ZDF, 2020